Es ist soweit. Die Weihnachtszeit ist wieder da und somit auch die Weihnachtsbäume. Auch in Föhren werden ab dem 7. Dezember wieder Weihnachtsbäume verkauft. Hier sind auch die Verkäufer schon ganz heiß auf den Saisonstart. Wie groß die Vorfreude ist, zeigen sie in einem Video, was sie auf Facebook veröffentlichen. Damit durften sie nicht nur den ein oder anderen Blacher auf ihrer Seite haben, sondern auch jede Menge Aufmerksamkeit für ihren Weihnachtsbaumstand. Untertitelung des ZDF, 2020